Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Balken. Chris kann mich hier drin nicht wiederholen. Komm, du gehst ja raus. Komm her. So, auch wenn es zu heilen darf. Goddammit, Goddammit. So, nice. Ach, meine Güte, ey. So ein... Kann doch nicht... Das kann doch nicht den Irren sehen. Nein. Jedes Mal verliere ich einen Balken dabei. Ein Stück meiner Energie. Meiner Lebensenergie. Ich hälte das mal aufs Neue. Dieses Teil geht mir auf den Senkel. Na gut, wenigstens ist das nicht so... Oh. Da hab ich auch schon klügere Dinger vollbracht. Komplett vergessen, dass ich einen Granatwerfer in der Hand habe. Ich hoffe doch, dass du unterwegs bist. Aber diese Granate scheint brutal gut getroffen zu haben. Okay, Granaten hab ich damit keine mehr. Das ist schade. Ich weiß, dass es hier ist. Bereiten wir dem ein Ende. Ja. 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 Bereiten wir dem ein Ende, Dicker. Ist an sich... Schon richtig, aber... Ich muss den ja irgendwie in den Mund rein... ...prosten. Na so ein bisschen mal hiermit. Da war er gerade, da ist er jetzt nicht mehr. Au, 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 au. Das war klar. Bin unterwegs! Ich hoffe doch. Ein bisschen Zeit gelassen, Großer. Aber egal. Das Vieh ist ja weg. Was heißt, ist weg? So. Schön in den Mund früstern. Mehr als einmal kann man da glaube ich sowieso nicht reintreffen. Also... Theoretisch schon, aber... Alles in Ordnung, Großer. Mehr als einmal richtet keinen Schaden an, glaube ich. Glaub' ich einfach nur. Wunderbar. Bist du? Nachladen. Komm raus, komm raus. Komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, wo immer du bist. Ich verspreche dir, ich tu dir nichts. Hilfe! Warte, warte. Okay. Hinterher. Verfolgen sie die BOW. Okay. Ähm. Ähm. Gut. Okay. Wo lang? Ist die nicht... Ist die nicht irgendwo runter? Na gut, wenn er meint, der Captain, dann geh ich halt hier lang. Wahrscheinlich hab ich aber auch einfach nur mal wieder nicht richtig aufgepasst. Uncool. Nimm lieber... Seine Haut muss dicker geworden sein! Unsere Waffen richten nichts aus! Dann müssen wir etwas anderes finden! Dann müssen wir etwas anderes finden! Das andere... Flinzchen hier schnappen! Pass auf! Marco, das Ding ist nicht aufgeladen! Bin dabei! Und ich werde da selber hin müssen! Könnte ich drum wetten! Oh! Wunderbar! Yeah! Brenn! Tausend! Wunderbar! Üh'll's... Wunderbar! Ordnung, dicker da oben? Okay. Halt so, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, kann ich auch ganz gut mitleben. Eieieieieiei. Wenigstens wäre das erledigt. Aber keine Äger. Ruhen, bis ich ihren Kopf in meinen Händen halte. Okay, verdammt. Er will nicht eher ruhen, bis er ihren Kopf in seinen Händen hält. So, seine Worte. Ich glaube wegen der kurzen Aufnahmeunterbrechung kam die Hälfte da nicht so ganz über. Dafür entschuldige ich mich mit einem Stück Kaffee. Das ist Wahnsinn. Wir sind hier nicht sicher. Wir müssen weg. Captain! Sucht ihr nach mir? Willkommen in China. Ada! Halt! Uns bleibt keine Wahl. Es muss sein. Er würde dasselbe für uns tun. Das ist ein bisschen uncool. Eieieieiei. Weg da, 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 weg da. Weg da, weg da, weg da, weg da. Boah. Kranker Scheiß, Mann. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ich hoffe doch. Alter. Das war ne schlechte Idee von mir. So, ich mach mich mal besser Bewegung und so, ne? Okay, ich hasse diese Viecher. Kann ich ihm nicht helfen? Okay, dann kann ich ihm halt nicht helfen. Nein, 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 nein ... Ok, hab ich nicht Wunderbar. Oh, was haben wir denn hier? C. Hier, C4. Seine letzte Hinterlassenschaft für uns. Wow. Sogar benahmt. So, gut, dann können wir hier erstmal nachladen. Nachladen, bis sich die Balken biegen. Oh yeah. Roger. Oh. Oh, okay. Hoffentlich komme ich nochmal zurück in den Raum. Oder hoffentlich kann ich nur mal neu weitergehen, weil ich hab da zwei Kisten übersehen. Schade. Chris, wir müssen Ruhe bewahren. Nach allem, was sie uns angetan hat, wie viele unserer Männer sind draufgegangen wegen diesem Miststück? Wir haben ja recht, Captain, aber ihr persönlicher Rache-Feldzug bringt uns nicht weiter. Wenn sie nicht blind vor Wut gewesen wären, wären nicht so viele Männer draufgegangen. Halt den Mund. Wir tun ihnen leid, die gestorben sind, weil sie an sie geglaubt haben, weil sie an sie geglaubt haben. Was ist los mit dem legendären Chris Redfield, hä? Was ist mit ihnen los? Gut, dass Finn nicht sehen kann, was aus ihnen geworden ist. Ich werde mir Ada vorknöpfen. Piers hat echt Nüsse in der Hose. Hier HQ, wir haben die Position für Sie. Ada Wong hat die Stadt verlassen und bewegt sich nach Süden zum Hafen. HQ an alle Teams. Ada Wong wurde gesichtet. Sie bewegt sich nach Süden zum Hafen. Wir wollen sie lebend. Und geht halt so in diese Richtung. Und dann so mit dieser Person zu sprechen. Der hat schon was in der Hose. Wenn Sie mir folgen wollen, gut. Aber kommen Sie mir nicht in die Quere. Solange Sie die Regeln einhalten, gibt es keine Probleme. Ada spielt nur mit Ihnen. Wann erkennen Sie das endlich? Ich bin nicht so dämlich, auf Sie reinzufallen. Sie sollten Ihrem Captain etwas mehr zutrauen. Hm. 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 Nachdem was du alles verbockt hast, Digga. China. Oh. Danke, Digga. Okay. Hoppa. So, ich hab das Gefühl... Was haben wir denn hier? Unvernote. Bämms. Aus die Maus. So viel dazu. Ja, aber von wo kommt das? Ja, aber von. Oh, wau, 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 wau. Feuerbar aus, fähbar aus, fähbar aus. Sonst noch irgendwo, irgendjemand, der mitspielen will? Nein? Gut. Bin ich nämlich gerade gar nicht gut aufgelegt. Einpuppt sich der legendäre Käpt'n als Vollpfosten. Au, 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 au. Nicht. So, rums die Bombs und aus die Maus. Beißt die Maus, keinen Faden habt. Wo ist der Laserpoint? Von wo kommt der? Na, so. Na, so weiter geht's. Ne Muni war auch schon mal mehr. Okay. Gut. Wann halt nicht, ne? Wo ist die Maus? Wann halt nicht, ne? No. Inschlaufen. Ja, so weiter geht's. Mit der Maus. Inschlaufen ist sie. Nischauft. Im. Inschlaufen. Das war's für heute. Ja, wunderbar. Wunderbar, aber wo ist jetzt noch der andere? Der andere Laserpoint da vorne. Wunderbar. Das ist es, Baby. Aha, aha. I kinda like it. Aha. Ja, sie können wenigstens nicht schwimmen. Schon nichts gegen, ne? Sieht man auch nicht alle Tage. Halt mich verlaufen hier. Wie kann man sich denn hier bitte schon ver... Okay. Okay, wie's aussieht. Wer geht's hier weiter? Ab... Ab... Okay. Hey, das... Ich darf nur noch mal ein bisschen ab, Mensch. Bringst du das ganze Boot zum Schaukeln? So. Persönlicher Rache-Feldzug. Das hat doch noch niemandem geholfen. Persönlichen Rache-Feldzug zu starten. Käpt'n, reißen Sie sich zusammen! Der Heli greift uns gleich an! Ach Gott, ja nicht schon wieder. Tierteller, in Deckung! Höhe, verdammt!